Ich begrüße euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2 Team Zero Percent, also Uncleared Levels. Wieder aus dem Jahre 2020, wo ihr immer noch mit unterstützen könnt, denn es sind noch einige offen. Und wir springen jetzt rein in das erste Level. Castle Clouds von 404 Phoenix. Phoenix? Hm. Wie sieht er eigentlich? Wie schön. Oh. Moment, da hoch will ich. Hm. Dann nehme ich den hier lieber. Neh, ich nehme hier auch mal mit. Ah, egal. Wir müssen auch was, aber ich glaube, das ist ein interessanter Punkt. Was ist der denn hin, der ist da? Ich sollte warten. Oh, ich dachte, das würde funktionieren. Ist nicht Mario Brothers. Mario World. Jetzt gibt es hier eine Feuerwehr. Ein Tanuki-Schwanz. Ist ja so gut aus. Die Frage ist, gibt es hier noch eine Underworld? Okay, wir gehen jetzt vorsichtig lang. Das muss man nämlich nicht aber mit. Ich nehme mich. Ich nehme mich. Mhm. Guckst du mal den Tanuki. Egal. Oh, 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 den nehm ich. Danke, danke, danke. Oh, der ist verlockend, aber... Einer von der Liste. Ja. War es ein gutes Level? Ich denke, das war so ein Standard-Level, oder? Standard, also ich würde ihm jetzt kein Toll geben. Nächstes Level. Lost du es von David Bro 1. Rätsel kurz und knackig. Rätsel bin ich zu haben, wisst ihr. Fragezeichen. Was kann ich mit dem Yoshi machen? Warte, 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 warte. 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 Mit dem Yoshi. Ähm, okay. Wah. Mist. Gehe ich da nochmal runter? Ja. Okay, irgendwas habe ich übersehen. Ah, ich muss es in Time schaffen. Das ist der Grund. Okay. Nein, Yoshi, komm zurück. Hm. Ich drücke hier in die falsche Richtung. So, danke. Oh, das ändert einiges. Warte, jetzt warten wir. Nein. Ah, das ist alles schon zum Erd. Aber warte, 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 warte. Ich kann ja resetten. Ich habe den falschen Yoshi resetet. Ich bin noch so ein Demel. Ich bin noch so ein Demel. So muss ich das machen. Stimmt's auch. So. Komm her. Jetzt kommt der Monty da rein. Danke. Und er kommt auch noch perfekt hoch, der Yoshi. Was will man mehr? Boah. Rüchter. Sekunde, kann ich das? Kann ich das nicht? Ich glaube, hier will ich klein sein. Nee, das hat mich jetzt nicht weitergebracht. Oh nein. Ich gehe denn alle auf einen Weg? Nee, kriege ich nicht. Ah. Lassen die Yoshi jetzt mal weg. Der geht mir nicht irgendwie auf den Herd. Was soll ich denn das machen, wenn ich ihn nicht aufschliege? What? Ach, komm. Nein. So, hier wieder angekommen. Ich bin nicht am überlegen, was ich jetzt hier machen kann. Könnte. Ah, das war doof von mir. Vielleicht ein bisschen. Zum Beispiel so. Jetzt hier durch. Hier durch. Wie komme ich denn da lang? Dass ich mich so zie� of noch passiert. Ah. Ah, warte immer. Ah. Oh, nein. Nein, das geht auch nicht. Beinahe hätte ich mich gesoftlockt. Oh, Mann. Das gibt's nicht. Okay, wir machen es anders. Nein! Jetzt habe ich mich gesoftlockt. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Machen wir das nochmal ordentlich. Wir holen uns den Schlüssel. Wir holen uns das Trampolin. Gehen hier hoch. Ballern den ab. Lassen den Lösch hier. Gehen hier rein. Okay. Jetzt heißt es... Oh, nein. Komm. Perfekt abpassen. Ja. Ich habe mich gesoftlockt. So, und da hoffen wir mich diesmal nicht zu softlocken. Warte mal. Ist doch viel einfacher an, das so zu machen. Aber hier kann ich doch. Ich bin schon wieder mit dem Yoshi rein. Schön. Okay, wir gehen hier rein. Gehen hier rein. Gehen hier rein. Oh, endlich. Wir müssen sie mir richtig erwischen. Oh, komm. Yes. Moment. So einfach ist das. Halleluja. Aber ein Rätsel-Level. Insofern war ein gutes Rätsel-Level. Ich habe mich selber gesoftlockt. Nächstes Level. Die Frachtschiffflotte von Leck Salza. Okay. Nee, ne? So zum Beispiel. Okay. Ich versuche was anderes. Habe ich Cheese gefunden? Beim richtigen Timing. Ach, egal. Jetzt ernsthaft? Ich muss den da rüberkriegen. Nee, dann gucke ich nochmal den YOLO, bevor ich den da rüberkriege. Das ist möglich. Das ist definitiv möglich. Ich muss nur den richtigen Fisch erwischen. Komm. Schieß. 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 Der Fisch. Ich werde... Der Fisch hat mich beim Springen gestört. Ich bin aber nicht wieder vom Fischstörer. Äh, äh. War keine Fische. Kein One-Up. Mhm. Sicher nicht normal. Ist dir jetzt nicht dein Ernst? Passer mir am sichersten. Ich probiere den Schieß. Ich muss ihn ein bisschen zurückhalten. Okay, ich muss ihn jetzt hier perfekt platzieren. Es fehlt wirklich nur ein Millimeter, ein Pixel, ein Foxel, ein... Das war's. Das ist der Cheese. Nicht ganz durchziehen. Bisschen früher. Probieren wir's halt nochmal. Alter. Der hat mich beinahe schon wieder erwischt. Okay, jetzt nochmal. Okay. Okay, und jetzt kaputt. Voll. Bisschen. Checkpoint. Äh. I don't understand what I have to do here. Oh nein, ich probiere mich schon wieder, ne? Komm, aufwachen. Oh. Kommst du. Was? Ist hier noch ein bisschen neben? Nimm ich. Weg hier. Weg hier. Mal rüber. Okay. Nimm ich runter, ne? Vorsicht dieser. Äh, jetzt bin ich hier. Okay, großer Cheese wär's jetzt... Das wär schon großer Cheese gewesen. Okay, wo geht's jetzt hin? Wartet mal. Wartet mal. Käme ich da durch? Nee. Hier rein. Ja, genau. Haut mir doch noch mit Pause ein auf die Schnüte. Oh, den Helm nehm ich. Na. Was? Was? Na, komm. Okay. Bin ich dabei? Äh, nee, da bin ich nicht dabei. Nein, da bin ich noch nicht dabei. Da bin ich dabei. Ich nehme kurz in den Helm. Ah. Okay, jetzt da rein. Ein netter Buskampf, aber... Oh, jetzt muss ich fliegen. Hm, hm. Hm, schönes Kino. Bedruckt halten. Hm. Jetzt habe ich Angst. Jetzt wahrscheinlich nach rechts. Die blöde Fliege, die nervt mich. Oh Gott, er kriegt jetzt ein Leben erwartet und nicht eine Feder. Okay. Boah, ich erkenne nicht, was vordert, was in der Bund ist. Ich hatte gerade so derbe Angst, dass ich mich gerade so floppe. Oh, da war der 50er. Ach, komm, wäre der 50er nicht wert, das ist Talas nicht wert, ne? Nein, da wäre wieder eine 30er. Also das hätte ich eben in der 50er belohnt. Okay Gott, das ist halt Geschmackssache. Okay. Warte mal, bin ich hier nicht rein? Ne, ne? Ja. Eigentlich gar kein schlechtes Level, bis auf diesen blöden Anfang. Ich hasse das mit diesen Mecha-Koopers, bin ich ganz ehrlich, dass man mit denen das irgendwie so abtimen muss und abpassen muss. Ich lasse es neutral. Nächstes Level. Larry's Overworld von Florian. Okay. Sieht nach einem klassischen Level aus. Bin ich schon mal gut. Ernsthaft. Ach Mist. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich muss mich da jetzt echt durchsprengen. Wahrscheinlich soll ich noch treffen. Wie blöd. Hoffen ja, ich... Ich muss dafür extra klein sein. Danke. So was ist dann wieder nervig. Bin ich ehrlich. Warum muss man denn da klein sein? Oh, danke. Es gibt jedenfalls ein Checkpoint. Da weiß jemand hier mal... Weiß jedenfalls jemand, wie das geht. Hoch auf den Thromp meinte ich. Aber ja, guck mal anscheinend. Ich lasse die Tür jetzt erstmal offen. Wir wissen jetzt hier sind Thromp. Dann ist wahrscheinlich da auch einer da. Ich weiß doch nicht. Könnte auch oben rüber gehen, ne? Das dürfte man jetzt auch nicht vergessen. Ich will das mal das Level normal genießen. Das fühlst du jetzt nicht ernsthaft. Ja. Doch, das will er von mir. Nach oben. Wie ist das hier oben? Ja. Ja. Ich sehe, was du getan hast, mein Freund. Ich bin nicht amused. Ich bin hier. Bäh. Ich bin hier. Ich bin hier. die Tür zu... Larry? Also wäre ich jetzt bei Larry nicht ungünstig gestorben, hätte ich gesagt. Naja. Aber so. Nichtsdestotrotz, wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen. So. Hm. Ah. Was soll ich denn? Zeig mal, was soll ich denn machen? Sollte eine ... 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 Ah, ich zeichne für zu lange, zu wenig damit, ne? Ja, das ist, äh, ähnlich so. Nicht das schönste, aber. Passt. Glück, wird das nicht von der Zeit abgerechnet. Oh nein. Wie sieht's von unten aus? Na. Na, ich will vor allem, wo man das ist. Ja, das ist halt, wenn man von unten guckt, dann sieht man's halt so. Egal. Meine Meinung, habe ich gesagt, kommen wir zum nächsten Level. 2N Eisenwalde Forest von LumiFrog. Eißen Walden? Oh. Falsch gedacht. Was ist das? Toll Level? Ja, es scheint mir ein knackigeres Level zu sein. Und jetzt. Der kommt wieder. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Okay. Huh, huh. Warte, stopp, der kommt wieder, ne? Ist das scheiße? Zu früh gesprungen. Oh, was ist das denn? Welchen brauche ich denn da? Den brauche ich, okay. Und ich sollte nicht rutschen. Aber ich sehe schon, was mich hinter der Tür erwartet. Ja, ich hab's geschafft. Wow, wow, wow. Blind Jump? Nein, das ist kein Blind Jump. Checkpoint, oh yeah. Was? Krass. Okay, okay. Ah, ich muss an die Ranken. Hä? Nein. Das wäre jetzt ganz herflich von mir, oder? Alter. Junge. Junge, bist du noch ganz geschlussbar? Der sah schon gut aus. Der sah gut aus. Junge. Ah. Okay. Also, hier kommt er mit dem einen fairen Troll, ne? Mit viel Glück schafft er das so. Okay. Ich warte, ich warte, ich warte. Moment. Da ist jetzt ein Münzweg runter, aber hier sind Pfeile. Und ich bin bisher den Münzen gefolgt. Der rechts wird echt hart. Aber dann sehe ich es jedenfalls. Der rechts ist ja fies gewesen. Oh. Wow. Jetzt wird er echt hart. Und jetzt muss ich das nochmal hier von mir austesten. Okay, das hat funktioniert. Hier warten wir. Hier kommt hier echt mit Trollen. Wieso noch keiner gesehen hat. Wieder back in business. Jetzt sollte ich mich hier aber wirklich konzentrieren. Okay. Warum mache ich den gleichen Fehler nochmal? So. Jetzt mache ich nicht den gleichen Fehler nochmal. Kannst du da unten stehen, Tru? Du kannst da unten stehen. Nicht genau hier kannst du stehen. Ohne Probleme. Du kannst auch auf dem Kumpel hin da stehen. Dem? Genauso wie auf dem. Dem da solltest du ausweichen. Oh, das ist doch hier hundertprozentig eine Falle. Oh, der ist fies, der ist fies. Uh, der war echt fies. Ah, nee. Da muss ich in einem Zug durch. Was ein Brett. Holt euch den Weltrekord, aber was ein Brett. Ich sag euch eins, ich geh jetzt ins Bett. Ich bin an seiner Seite. Pilze machen ihn groß. Sie rühren uns Geheimwege. Nichts hält ihn bei der los. Sterne leuchten hell. Unsichtbar und schnell. Pilze geben Kraft. Kein Gegner bleibt ihm hart. Checkpoint. Oh, yeah. BINGUH-BINGUH-BINGUH-BINGUH-BINGUH-BINGUH. BINGUH-BINGUH-BINGUH-BINGUH-BINGUH. BINGUH-BINGUH-BINGUH-BINGUH-BINGUH-BINGUH-BINGUH-BINGUH. Bis zum nächsten Mal.